Der Dirk kommt gleich. Und dann geht's los. Dranbleiben. Guten Tag. Wir zwei wieder. Ja, schieß los. Erdi und der Bert. Nase. Ah. Kurz zur Erklärung, jede Folge versucht er irgendwie einen anderen Spruch rauszuhauen über uns, den ich selber noch nicht kenne. So, nur die Harten kommen in den Garten, oder? Ja. Und die Härteren kommen in die Gärtnerin. Uns hat's nur für den Garten gereicht. Genau. Jetzt sitzen wir hier und haben die neue Wootbox im Haus. Die Crew ist in der Haus. Die Crew ist. Ja, also Crew ist das Thema. Ja, das ist das aktuelle. Und ich freue mich auf South Park und Big Bang. See you, wee. Bam. Bam. Also wenn's leise ist, unsere Kamera hat den Geist aufgegeben gerade. Scheiße. Also, verdammt. Ach so. Verdammt. Jetzt haben wir nichts für die Aufnahme. Ja, machen wir schon. Müssen wir ran. Müssen wir ran. So sieht die Box jetzt aus. Zoom, 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 zoom. Das ist der manuelle Zoom. Da ist der Mann. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, keine Süßigkeiten inklusiven. Monkey D. Lovey, oder wie auch immer der heißt, Orden One Piece. Kann ich so einfach wieder suchen. Ich persönlich gucke diesen ganzen Kram nicht, das Thema hatten wir ja schon mal. Das ist original von Bondi die Figur. Gucken wir was wir mit machen. Kann ich das rüber stellen? Das ist gar ein bisschen von mir sonst hier in der Hand. Was ist das? Ein schwarzes Säckchen. Skandalös. Skandalös. Ja, friemel du mal, ich mach hier weiter. Okay, ich muss weiter friemeln. Verdammt. Ein Armreif? Okay, ein Armreif. Zug mal ran. Und was der ist? Gucken wir gleich mal nach, ich hab keinen klassen Schimmer. Ich hab immer weniger Schimmer, glaube ich. Ah, ein Kopfkissen in Bezug von Schelden. Das ist mein Platz. Der ist ja hammergeil. Ja. Der bleibt. Mach, dass du da weg kommst. Ein T-Shirt. Von Saufahrt. Ich hab doch gesagt, die Karte passt nicht in den Kopf. Wir haben jetzt Zaungäste. Wir haben Zaungäste. Endlich Live-Buch gekommen. Ja, Jubel. Nö. Nö, der Ding ist weg. Na egal. So, den Pin haben wir noch. Was ist das? Da kommt ja keiner. Wer kennt das einer? Nein? Gut, ich auch nicht. Bitte? Ach verdammt, was einfällt. Gucken wir mal ins Heft. Ähm, was haben wir? So, fangen wir mit diesem Pin an. Lasst euch nicht vom Ring besitzen, es besteht quasi die Finger zu beißen. Der ist wieder schlauer. Ja, der. Überhaupt nicht schlauer. So, Huitbox. Ein Armband von Wiking. Der muss das in der Serie, ne? Nein, ja. Das hier ist die Auswahl der Figuren von One Piece, die hätten dabei sein können. Ich weiß nicht, dass wir den Spiel gar nicht machen sind. Auch dort. Auch dort. Ja. So. Und das kamen wir ja. Ja. Jut, jut. Die Kissen sind so geil, Mann. Ja. Ich brauche noch ein neues Kissen. Ja. Und RTL wollten wir nicht. Ja, RTL ist alles so. Die würden wahrscheinlich sofort ja sagen. Das Auspack, Scherben, Sammelfiguren, alles ganz cool. Mal wieder ne klasse Box diesen Monat. Ja. Nächsten Monat gibt's dann Heldinnen. Da sind wir mal gespannt, ob das dann auch so blitzschnell mit dem Auspacken geht, wie diesen Monat. Gut auspacken? Ja. Ja, wir sind echt schloppen dieses Mal. Das war Wupp-Zupp. Kam am? Gestern. Gestern? Ja. Jamstag. Jetzt haben wir Sonntag. Schau mal so zu sehen wo. Das war auch immer jetzt. Das kam ja gestern. Das kam ja gestern. Ja, cool. Das ging doch platt. Aber richtig. Das war ja blitzschnell hier. So. Zusätzlich zu der Box hab ich noch eine zweite bekommen. Wir haben jetzt nicht ausgefragt. Das war die allererste Wupp-Box. Die gab's nochmal zum Nachbestellen. Zum Thema Superheroes. Und ich hab das leider... Ich hab's in Größe M nachbestellt. Jetzt haben wir das leider nicht mehr. Und es gab nur noch S. Deswegen... ...verlosen wir. Dieses richtig geile, süße T-Shirt mit allerlei Helden im Comic-Stil in Größe S. Flos. Ein Ironman. Das sieht man jetzt nicht so richtig. Das ist ein bisschen 3D-Wackel mäßig. Ein Getränkeuntersetzer. Ja. Alles was ihr machen müsst, ist uns nur kurz zu schreiben, was euch an dieser Sendung vielleicht ein bisschen komisch vorkommt. Ja. Außer uns beiden selbst. Wir sind immer so. Ja. Außer uns beiden. Wie lange machen wir das? Ja mit 10, 9. Oh ja. 14 Tage. Einfach Ende des Monats. Also bis 30. Ja. Einfach anschreiben. Facebook, Youtube, E-Mail. Ja. Und dann Daumen drücken. Ja. Ja. Die Zeit. Ja. Oh. Wir sind doch jetzt so krass her. Ja. Gut. Dann filmen wir uns nächsten Monat. Ja. Ich behaupte. Heldinnen. Habe ich das schon erwähnt? Ja. Heldinnen. Heldinnen. Ich bin lustig. Bis zum nächsten Mal. Ich bin lustig. Ja. Vor allem war es den Kranz im Lösch und da. Das heißt, »Mabel« rumpft es hier auf einen Linken. Lütend drin »Batman«. Das war auch geil. Da ist ein Batman Projekt da drin. Da ist ein »Batman« Projekt drin. Da ist ein »Braschlight« mit dem Ohl. Ja? Das war so geil. Das habe ich mir direkt zu meinem Auto gestellt und so. Untertitelung. BR 2018